Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 8190 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Anerkennung ist das Gefühl, respektiert und geschätzt zu werden. Anerkennung ist das Gefühl, respektiert und geschätzt zu werden. Anerkennung ist das Gefühl, respektiert und geschätzt zu werden. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr so gut nach hinten bewegen. Du solltest spätestens um halb acht abfahren, damit du pünktlich im Büro bist. Du solltest spätestens um halb acht abfahren, damit du pünktlich im Büro bist. Du solltest spätestens um halb acht abfahren, damit du pünktlich im Büro bist. Der Kellner im Restaurant ist sehr hilfsbereit und sucht im Keller nach dem gewünschten Wein. Sei ein Vorbild für andere, indem du positive Eigenschaften wie Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen zeigst. Sei ein Vorbild für andere, indem du positive Eigenschaften wie Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen zeigst. Durch das Laufen habe ich schon einige Kilo abgenommen und kann besser atmen. Durch das Laufen habe ich schon einige Kilo abgenommen und kann besser atmen. Durch das Laufen habe ich schon einige Kilo abgenommen und kann besser atmen. Die Kinder spielen liebevoll miteinander im Garten. Sie spielen mit Seifenblasen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich mach dich. Untertitelung des ZDF, 2020